Autos und Motorräder würden ohne hochwertige Ersatzteile und fachkundigen Service sehr oft in der Garage bleiben. TF Autoteile Fritz macht ihr Fahrzeug fit für die Straße. Nach einer ausführlichen Beratung durch Kfz-Techniker Friedhelm Tanner kümmert er sich mit seinem Team um sämtliche Belange rund um ihr Gefährt. Ob Motorteile, Karosserie, Elektrik, Reifen oder Tuningartikel, sowohl motorisierte Zweiräder als auch mehrspurige Vehikel sind beim Ersatzteilhändler bestens aufgehoben. Darüber hinaus kennen sich die Mitarbeiter in Sachen Lacke, Öle und Batterien ausgezeichnet aus. Kein Wunder also, dass man aus ganz Tirol nach Kitzbühel braust, um seinem Wagen oder Bike Gutes tun zu lassen. Der Betrieb zeigt sich nicht nur motorbegeistert, sondern zudem sportaffin und sponsert den regionalen Eishockey-Club und die lokale Cross-Junioren-Mannschaft. TF Autoteile Fritz – hier weiß man genau, was Automobile und Feuerstühle brauchen. Kfz-Techniken 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 Vielen Dank.